So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, diesmal mit einem neuen Design und etwas mehr Licht auf meinem Gesicht, damit man mich auch besser erkennt. Wir sind nun der Hotellobby, habe ich gehört, heißt die Mission. Ja, da hinten müssen wir hoch, richtig. Hey, weißt du, wie wir da rauf kommen? Nein, weiß ich nicht. Und wir haben festgestellt, ich habe festgestellt, dass hier etwas fehlt. Machen wir ein kleines Suchspiel heraus. Also, wir haben Stühle, einen Haufen Stühle, wie wir sehen, eine verrammelte Tür, ein Abschlussballbanner und jede Menge Blut. Nun kommt die Frage, was fehlt in diesem Raum? Richtig, die Leichen. Wo sind die Leichen? Deshalb habe ich so die leicht schlimme, ah, bestimmt kann ich das hier schieben, leicht schlimme Befürchtung, habe ich mir falsch gedacht, dass wir demnächst auf einen ganzen... Ich darf allein schieben, natürlich der Mann, ne. Hilf mir doch mal! Okay, sie hilft doch. Ähm, dass wir demnächst auf einen ganzen Haufen untote Heißbüter oder College-Absolwetze standen. Äh, standen. Oh, 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 schmeiß dagegen, mach ein bisschen Lärm. Damit auch die, die uns noch nicht gehört haben, endlich mal... Ja, kommst du? Oder kommst du nicht? Okay. Nun gehen wir auf die Jagd. Apo-Jagd, wie sieht es mit den Waffen aus? Warte nochmal nach. Gut. Also, hier haben wir auch wieder... Hier nehmen wir den Dreck, was verbrannt ist. Eine offene Tür, eine verrammelte Tür. So. In dieser veroffenen Tür haben wir, außer einem Durchgang zu einem, was auch immer, Gerüst, nichts Besonderes. Noch nichts. Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mache den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Ach, warte. Schaut hin oder her, ich bin die Dinge. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist das das gleiche Prinzip? Nimm es hoch. Also gut. Du hinst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Ja. Verstanden. Stell dir einfach vor, es seien Ratten. Große, nackte Ratten. Und was die Sache von vorhin angeht. Ja. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Und schon sind sie wieder Best Buddies. Okay, so. Ich hätte was besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Da haben wir drei. Sind tot! Sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Das war ich. Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geht zum Tor. Okay. Verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Ja, ja. Macht ihr nur mal. Verteilt euch mal schön. Dann habe ich es leichter mit euch. Du bist der erste Buddy. Das kann nicht stimmen. You are the first one. So, die anderen sind da hinten. Dann kann ich mit Sicherheit den da holen. Den hole ich mir jetzt. Unauffällig. Ja, ja. Immer so wie zum Thema unauffällig, ne? Scheiße. Doppelkill. Okay, oh. Lasst mich doch mal mit eurem vermalten Deiton-Moletoff-Cocktail in Ruhe hier. Ja. Alter, was war das? Leute. Sorry. Das musste ich jetzt einfach mal sagen. Deswegen habe ich ein Medikit verschwendet. Mensch. Das müsst ihr doch verstehen, dass ich den nicht mehr leiden kann. Woo. What the hell. Hallo. So. Sehr gut, Alli. Yeah. Guter Schuss, Kleine. Zusammen. Ne, mei, wo ist er dann? Ist er da? Oh, da war er. Oh. Hallo. Wie sie alle gar schön reinspringen hier. So, irgendwo. Oh, da hinten. Das ist... ...ne Frage von meiner Winchester. Aua. Jawohl. Komm schon, Kleine. Ich hab die gerade. Aber warum lebt der Typ noch? Hallo? Jawohl. Jawohl. Das ist besser, konnte man es mal nicht machen. Ja, klasse. Jetzt, drinnen sie jetzt. Ah. Manchmal frage ich mich echt, wo die alle gar hin kommen. Das müssen besser ausgebildet sein. Das sind keine kleinen Waschlappen hier. Komm, ein bisschen schneller wechseln. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Es ist so viel los hier. Ich rede hier schon wieder wild. Wow, 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 wow. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Okay, ihr könnt kommen. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Gut, Aris viel getroffen hat sie ja nicht, ne. Ich meine, immerhin zwei Leute hat sie ja ausgeschaltet. Yeah. Gar nicht mal so schlecht. Wie wäre es mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Das tun wir die Kleine sogar noch ausbilden. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay. Du musst, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. So, jetzt ist wieder, wie immer, Plündern an der Reihe. Was war das? War das wieder ein Backstein, ne? Ein Backstein. Oh, nein, Basie. Oh, hier ein Basie. Basie. Viel besser wie der Kaputte, den ich habe. So. Mal kurz gucken, ob ich was herstellen kann. Oh. Lass uns mal was draus basteln. So. So. Wieder eine schöne, modifizierte. Das sind alles sowas wie Sporen oder Nebel oder Stalb. Oh, scheiße. Soll wir da reingehen? So, jetzt haben wir da was Schönes geholt. Wie schon gesagt, bin ich leicht erkältet. Und deshalb bitte ich, dies zu verzeihen. Was haben wir hier? Lappen. Alk. Oder was auch immer das war. Noch mehr lauter Medizin. So, ich hab's. Was haben wir da oben? Auch was Schönes zum Sammeln. Was ich ja gerne mal sammeln würde, wäre mit Munition. Da kommt der Rieber da. Da, wo renne ich hier rum? Das ist ja der Wahnsinn. Pfeile. Wahrscheinlich eben wieder voll. Jawohl, voll. Ja, ich müsste einfach mal anfangen, Pfeile zu verschießen. Ich finde hier mehr Pfeile wie Schrot-Munition. Was uns irgendwie bedenklich stimmt. So. Das wartet oder was? Und schmerzt da. Jawohl, Stürzer ab. Brecht hier die Haxen. Oh, da können wir ja was aufmachen. Oh, ja. Mach dein Ding, mach dein Ding. Die blöde Kette klemmt. Schön. Warte. Mach ich. So. Hallo. Wunderbar. Was haben wir hier? Ein Haufen Abfall. Nicht mal was gescheites zum Verbrauchen hier. Was liegt da unten rum? Ein paar von den Dingen. Ja, klasse. Die Türklinge schon wieder. Jetzt ist mir doch mal hoch. Wo hoch? Da willst du hoch. Kann ich dich hochheben? Oder nicht? Ich bin sicher hier drin. Hilf mir mal damit. Das Ding ist rumgeschwungen. Wie so ein Wasch. Wie so ein Schwamm. Verdamm. Ein pad breakout. immer gescheit hin büb so ist es so ja so kommen hallo ist der jemand keiner zu hause modifikation so lang waffen geht ja immer noch nicht ich hab nur 18 dort haben wir hier schrot schussfolge von schrotkimmer erhöhen vielleicht ganz gut so gut das was man auch schon wieder das wird uns helfen aber immerhin etwas schneller schießen so wieder paar kopfweh tabletten so was haben wir hier so was haben wir hier schasam alter aber immerhin haben die ihn auch so darf ich da nicht alles so eine sache durchsuchen die einfach nicht lassen die auch liegen nicht mal ein gescheites beträger und vor allem jetzt noch mal drüber nichts tun kann ich weiß aber traurig traurig würde ich mal sagen schauen wir uns das ganze an was haben wir hier so in abgesperter bereich auch eine tür durch diese tür gehen wir aber das ganze erst in der nächsten folge bis dahin macht's gut und haut rein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.